Hier am Glattzentrum Wallisellen bei Zürich, eine Superchallestation, die ich schwer zu finden war, weil auf dem Display, auf dem Navi war das nicht sehr eindeutig, wie man hier hinkommt. Aber ich habe es dann doch gefunden nach einigen kleinen Umwegen. Hier ist eine große Tiefgarage, ein Shoppingcenter, 20 CCS Ladesäulen. Jetzt hier am Abend ist nichts los, aber ich kann auch gar nicht so richtig sehen, ob es in der Nähe etwas Nützliches gibt zum Essen oder Trinken besorgen. Dort hinten allerdings eine gewöhnliche Tankstelle, also da kann man bestimmt etwas finden. Denn meistens gibt es ja auch einen kleinen Laden. Ich glaube, das ist eine Shell-Tankstelle. Nun ja, mit diesem kleinen Bericht hier ohne Drohne in der Nacht verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017